Hallo, hier ist Martin von meine Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 15.10.2021 und unser DAX, der kommt hier gar nicht wieder runter von seinem Sprungbrettsprung, hängt hier glücklicherweise am Seil, sodass man nochmal zurückziehen kann, aber der bollert wirklich ordentlich durch, also jetzt ärgerlich mich, dass ich gestern den Pfeil hier runtergezogen habe, habe es euch extra sogar noch gesagt, wenn ich mal einen Pfeil verziehe, dann ärgere ich mich jedes Mal, weil er dann doch auf das noch macht, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, hätte ich ihn hier oben stehen gelassen, wäre schön sauber von der 4.35 durch, was wir sehen sind relativ, also wir sehen nur grüne Kerzen, ich denke, da sind wir uns einig, der ist den ganzen Tag gestiegen, da braucht man nicht viel anderes zu erzählen, von fast Minute 1, dann hat er hier einen kleinen Doppelboden gestellt, hat dann oben ganz schön gezögert, hätte nicht gedacht, also so wie er hier unten rumgedruckst hat, hätte ich gar nicht gedacht, dass er überhaupt an die 500 rankommen kann, ich habe schon mir so gedacht, dass es eher so eine 4.35, 4.50 wird, dass mehr dann schwierig wird, es ist mehr geworden, hat hier schön sauber durchgezogen und Respekt und Anerkennung, das muss man ihm hier zusprechen, es ist jetzt Freitag der Fall, bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn am Donnerstag nochmal deutliche Bewegungen im Markt drin sind, wenn Freitag Verfall ist, einfach so, weil ganz oft eben zum Donnerstag vor dem Verfallstag, das kennt ihr von mir, das sagt man eigentlich jedes Mal, immer die Abrechnungsniveaus dann erreicht werden und sollte das jetzt hier noch verfallstagsgetrieben sein, könnte ich mir vorstellen, dass wir in dem Bereich jetzt hier, also wir sind jetzt genau in der Zone, die wir jetzt die ganze Zeit immer angesprochen hatten, der DAX jetzt hier wieder runterdrehen kann, das heißt, jetzt sollte man ein bisschen drauf achten, kommen jetzt hier rote Kerzen rein, kommt vielleicht sogar noch an die 5.50 oben ran, 5.50 bis 5.70, das wäre jetzt eine schöne Unterstützung und dann muss er aber auch wirklich ein bisschen was zeigen, Rot, weil das ist zu viel Stärke, was wir hier sehen halt, also das motiviert natürlich hier viele jetzt schon auf eine Jahresendrallye anzuspringen, die man ja oft eigentlich gar nicht im Dezember überhaupt sieht, sondern meistens sie vorgelagert, geht auch eher mehr über den November in den Dezember rein und der eigentliche Dezember, wo dann immer alle nach Jahresendrallye schreien, geht es dann immer nochmal runter bis so, ja, ich sag mal 10.15.12., bevor dann nochmal so eine kleine Weihnachtsrallye einsetzt, ja. Das ist ein sehr typisches Bild. Von daher würde mich das nicht verwundern, wenn hier die ersten da jetzt dann schon langsam drauf anspringen und, also von den großen Käufern drauf anspringen und dann da eben noch mehr reinwerfen und von daher muss er schon ein bisschen aufpassen, dass er jetzt dann auch nicht zu bullig wird. Der läuft jetzt hier auch, wenn wir mal so gucken, an die Abwärtstrendlinien ran. Also, ich glaube, meiner am Tagesschart war so bei 6.50 oder sowas gewesen. Ja, das ist noch ein bisschen Luft halt hier, ein bisschen oberhalb, so 6.20 bis, ich sag mal 6.20 bis 6.50 je nach Zeiteinheit. Und da sehen wir aber auch schon, der steht jetzt hier, steht hier ganz gut im Futter. Also das ist dann jetzt auch raus aus dem, was ich hier gesagt hatte, von wegen der Eier hat jetzt hier noch rum. Das ist schon ein Angriffsversuch nach oben, ein Konterversuch auf ein, kann man hier sagen, nicht angenommenes neues Tief, quasi jeweiliger Doppelboden, der ist nach unten angerissen worden und das probiert er jetzt zu brechen. Dafür muss er das Hoch rausnehmen und das Hoch liegt bei 15.700 rum. Und da wird jetzt ein bisschen wichtig, darauf zu achten. Schafft er das oder schafft er das nicht oder stößt er sich jetzt hier aus der Kombination aus, ich sag mal, Abwärtstrendlinie und oberen Band jetzt runter. Das ist ja noch fallend. Das heißt, stößt er sich jetzt hier ordentlich und dreht nach dem Verfall wieder nach unten. Dann steht er auch schnell wieder relativ weit zurück, aber muss man ein bisschen vorsichtig sein. Bricht er nämlich jetzt long aus, also oben aus, dann läuft er halt oben weg wieder. Und dann sind wir wieder in der Situation, die wir die letzten Wochen, Monate immer mal wieder hatten, wo man dann einfach sagen muss, ja okay, wenn man Shorts drin hat, dann halt am besten eher erst mal Kopf runter halt. Das heißt, oberhalb von 15.650, oberhalb von 15.700 wird es für mich unattraktiver, Shorts zu halten einfach, also auch Shorts zu suchen. Dann wird man auch unsere Lisa wieder umstellen, die ja jetzt hier in dem Abwärtstrend oder in der Abwärtsbewegung eher verstärkt jetzt auf Short eingetrichtert war. Geht er dann hier oben raus, dann dreht für mich die Chartlager einfach wieder auf positiv. Und dann finde ich, sollte man da auch eine Konsequenz verhalten hat. Aber ich würde mir jetzt den Freitag ganz gerne mal noch angucken, auch den Montag eben noch, den Tag nach dem Verfall. Normalerweise haben wir einen kleinen Verfallstag, nicht so viel Einfluss. Und es ist jetzt erst ein Tag, der hier so mir, sag ich mal, kann ich ja mit euch auch reden, mir ein bisschen aus dem Plan rausspringt. So hoch hätte ich ihn jetzt nicht gerne haben wollen. Das haben wir auch gestern gesagt, dass es gut wäre, wenn er vielleicht unten bleibt, hier so um das Band rum, vielleicht so maximal noch die 4,35, aber nicht viel höher. Und das ist ganz klar viel höher. Also das ist schon deutlich drüber. Und auch wenn wir in, ich mach mal hier, ich mach mal das mal kurz aus. Wenn wir mal hier in den Wochen-Shot reingehen, dann auch drüber, also nochmal in uns gehen, was wir hier gesprochen hatten am Sonntag. Dann, wie gesagt, wir müssen echt auffassen, wenn der DAX über die 2,70 geht, ja, weil das ist dann ein Hammer hier unten und der kann dann da oben echt im Zweifel sogar bis hier oben in die 15.670 reinschieben. Ja, und das war Analyse letzten Sonntag. Und deswegen wird euch zum Freitag, ich bin gar nicht so motiviert, zum Freitag jetzt unbedingt viel zu machen. Ich würde mir das gerne angucken. Ja, weil jetzt, jetzt ist es so an einem Punkt, wo ich sage, okay, muss ich vielleicht meine Grundhaltung hinterfragen? Muss ich vielleicht meine Grundhaltung auch jetzt anpassen? Weil bisher sage ich, okay, wir haben fallende Tiefs, wir haben fallende Hochs, alles okay. Ich überpaste jetzt ein bisschen nach oben, wenn er wieder zurückkommt, ist für mich alles okay. Kann ich trotzdem weiter Short suchen. Ist jetzt, Stand jetzt, ist auch mit der Tageskerze noch so. Aber das ist schon so ein bisschen, für mich so ein kleines Warnsignal. Und wenn er mir jetzt zum Freitag dann noch weitermacht, würde ich für die nächsten Wochen, Monate vielleicht ein bisschen was anpassen müssen. Das muss man schon ganz klar so sagen. Ja, also in diesem Sinne, DAX, definitiv starke Vorstellungen gezeigt. Ist deutlich auch drüber, über unsere 4.35. Sollte jetzt natürlich zum Freitag anfangen zu fallen und ich sage mal jetzt hier eine komplette Umkehr nach unten durchziehen. Die Marken bleiben alle die gleichen. Also wir haben hier ein schönes Cluster aus dem alten Hoch und diesem offenen Gap bei 15,270. Das wäre jetzt zumindest mal eine erste kräftige Unterstützung von oben. Wenn er sich jetzt runtergibt und er fällt wirklich, so was sieht man ja auch oft. Der Markt steigt ganz stark den einen kompletten Tag an. Alle sind jetzt total angetriggert, sind total umgedreht, überrascht, überrumpelt, haben bis zum Tagesende durchgekotzt, waren angespannt. Und waren vielleicht in Shorts drin und sagen sich jetzt, okay, jetzt mach es zum Freitag anders. Und zum Freitag fängt er dann plötzlich an zu fallen und fällt dann plötzlich auch wieder den ganzen Tag. So eine Kombination haben wir oft schon gesehen. Donnerstag, Freitag. Weil ja die Donnerstag eher typischerweise meist zum Nachmittag abkippt. Mit den Amerikanern zu 15,30. Das hätte viel, viel, viel besser hier reingepasst. Das war sogar fast eine Punktlandung. Das ist genau 15,30, so wie wir das gesagt haben, hier in die Zone um 4,35. 4,50 eingelaufen ist, aber eben nicht umgekehrt. Und wenn er jetzt zum Freitag umkehrt, sind viele dann noch so, die haben dann diesen Long-Trichter eben noch mit aufgenommen. Und buttern da halt dann die ganze Zeit dagegen. Da muss man ein bisschen aufpassen, ja. Also Anlaufpunkte von oben sind jetzt 4,35. Die drei, ja, was nehmen wir denn? 4,35 auf jeden Fall. Eine 3,50 würde ich noch mitnehmen. Nee, 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 vielleicht noch eine 3. Es ist schwierig. Es ist schwierig, weil das ist eigentlich 4,35 und darunter 2,80, 2,70. Aus der Bewegung kann man es nicht rausnehmen. Ich würde schon sagen, auf die 3,50 mal ein bisschen gucken, weil sie einfach wichtige Marke der letzten Tage ist. Aber ja, dreht unser DAX runter, sind 4,35, 4,11. Die 3,50 und die 2,70, das sind jetzt erstmal so die ersten großen Ziele. Und dann muss man genau gucken, wie es sich hier in dem Bereich um 2,70 verhält. Dreht er sich von hier wieder nur hoch und stößt weiter hoch. Dann geht er auch noch bis in die 800 rein. Dann macht er richtig beim Buhle, dann drückt er sich richtig raus. Dann startet er bloß schwach rein zum Freitag. Ähnlich, wie wir das am Mittwoch gesehen haben. Denkt da dran, vergleicht das. Startet er bloß schwach rein hier im Bereich um 4,35. 4,10 und stößt sich dann wie einen Euro nach oben, vergleicht Mittwoch. Dann kann er durchaus bis Tagesende Freitag auch noch in die 5,50 reinkrabbeln. 5,50, 5,70, wenn nicht gar sogar eben dann ran bis 6,70. Das ist da drüber die nächste. Wir haben hier noch so eine Auslöskante bei 6,16. Aber das würde ich mir im kleineren Detail dann angucken. Die großen Marken sind hier oben, die 5,50 und die 6,70. Punkt. Ja, untergeordnet kann man vielleicht mal noch ein bisschen auf die 6,16 gucken. Aber übergeordnet sind für 50 und 6,70 die nächsten Punkte. Ich kann mir weiterhin sehr gut vorstellen, dass wir aus dem Bereich umdrehen. Auch wenn er es jetzt zum Donnerstag noch nicht getan hätte. Mir passt, ehrlich gesagt, das nicht so ganz mit dem Freitag jetzt. Ich hätte es schöner gefunden, wenn er Donnerstag Nachmittag umgedreht hätte, weil es auch viel besser zu einem Donnerstag gepasst hatte. So einen Donnerstag sehen wir sehr, 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 sehr selten. Aber wenn er einen Freitag auf so einen Donnerstag schwach notiert, dann können die auch schon mal überraschen. Meist nicht unbedingt von der Bewegungsspanne, sondern von der Art, wie er fällt, tut er die Leute voll. Dann wird er langsam, Stück für Stück, bis Tagesende durchfällt. Manchmal macht er dabei gar nicht mal den ganzen Tag als Kontos, sondern plus und Teil. Aber die Leute sind halt dann total, also ich sehe es halt immer an den Leuten. Die Leute sind dann immer total genervt, wenn sie die ganze Zeit immer wieder Long suchen. Dann dreht er immer wieder so an, dann denken sie, okay, jetzt steigt er und dann kommt aber nichts. Also da würde ich einfach ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das ist das. Ansonsten dreht er sich richtig schön runter. Da haben wir auch drüber gesprochen, 3,50 und hier eben die 2,70, 2,80. Das ist die wichtigste Zone, die entscheidet dann die nächsten Tage, war das jetzt hier wirklich bloß Verfallsgezauber, weil bricht der Bereich nach unten, dann geht hier unten wieder alles auf. Also das ist dann auch leicht erreichbar wieder. Aber der muss dann halt auch da drunter. Und wenn er jetzt nach dem Verfall auch noch weiter nach oben schiebt, dann kommen wir langsam in den November rein und dann saisonal sein Fenster hier irgendwie scheiße zu bauen, halt auch schließt sich dann halt langsam. Also da muss er schon ein bisschen bei der Sache bleiben jetzt halt. Wenn er zu lange jetzt hier oben rumlungert, wird es zu positiv wieder. Dann wird es zu positiv für irgendwelche negativen Varianten. Okay, gut. Das heißt, wie gehen wir am Freitag vor? Wir lassen mal noch in die 5,50 reinrennen, wenn man oberhalb von 4,80, 4,50 reinkriegen. Sehen wir, der hat überhaupt keinen Bock, auf eine 5,50 anzuspringen. Gehen wir geistig, lassen wir ihn noch bis 6,70. Kann man auch streckenweise vielleicht auch long probieren. Bei der 6,60 ein bisschen aufpassen. Und dann eben die 6,70. Ja, das wäre eine Idee. Sehen wir von 5,50 ein hartes Abdrehen nach unten. Dann kann ich mir eine Stabilisierung sehr gut vorstellen im Bereich von 5,00, 4,65. Weil das ist auch nicht so üblich zum Freitag. Erst hoch und dann runter. Wenn er Freitag richtig stänkert unten, dann fängt er meistens schon schwach an. Das heißt, auf der anderen Seite sehen wir einen schwachen Start zum Freitag. Gucken wir ganz genau auf der 4,35. 4,11, wie viel Druck kommt da nach oben rein? Kommt da viel Druck rein? Sind es lange Chancen? Bleibt die hier unten flach liegen? Nehmen wir mal noch mit, dass es bis 3,50 und 2,70 gehen kann. Und ich glaube, wenn man sich diese drei Szenarien einfach notiert, sollte man durch den Freitag eigentlich ganz gut durchkommen. Weil der Verfall an sich ist am Verfallstag selber in der Regel eigentlich nicht mehr gravierend. Also löst auch nicht viel Bewegung aus. Das passiert immer schon ein, zwei Tage vorher. Hat man jetzt eigentlich fast immer gehabt, ne? Dass entweder der Mittwoch oder der Donnerstag dann schon komische Ausschläge gemacht hat, wo ich auch immer wieder sage, na gut, das hätte ich jetzt so in der Ausprägung nicht unbedingt gehabt, auch wenn er hier gar nicht so weit weg ist von meiner Route. Und der Fall war ja vorher sogar da oben drin. Das aggert mich jetzt schon, dass ich den da runtergesetzt habe. Aber ich habe wirklich der 4,35 hier mehr Belastungspotenzial zugetraut. Wir hatten hier diese Trendlinie, wir hatten einen kleinen Durchschnitt. Hier lagen ungefähr 100% von der Bewegungswelle nach hier. Das ist ein Dreifach-Cluster. Ich hätte mich echt geärgert, wenn der dann da runtergedreht hätte und ihr hättet noch auf meinen Fall hier oben gewartet. Da hätte ich mich wirklich geärgert. Weil das ist genauso das, wo ich eigentlich immer gesagt habe, da muss man drauf achten. Das springt so oft an Dreifach-Cluster. Das ist schon eine deutliche Verdichtung von Wahrscheinlichkeiten. Hat jetzt hier erst mal nicht gegriffen. Ja, ist dann so. Okay, gut. Ja, also wie gesagt, die drei Varianten habe ich ein bisschen im Kopf. Das heißt, wir werden wahrscheinlich schon Punkt 8 Uhr sehen, ob die erste Variante rausfällt oder sogar vielleicht zwei Varianten rausfallen. Und die andere wird man dann so ab 9.30 Uhr sehen, ob er dann von hier wieder hochdreht oder nicht. Und ja, dann sollte man eigentlich ganz gut aufgestellt sein. Das heißt, man hat die zwei Punkte, drei Varianten. Die kann man an zwei Zeitpunkten des Tages ein bisschen verdichten und sich dann den Rest des Tages eben daran orientieren. Und von daher wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann auch schon mal ein schönes Wochenende. Ja, bis dahin, gutes Gelingen und bis zum Sonntag. Tschüss.